Die bisherigen Champions League-Einnahmen des BVB, und was noch drin ist? Die starken Leistungen in der Champions League zahlen sich für Borussia Dortmund sogar finanziell aus. Schon jetzt übertrifft der BVB den Geldregen aus der Vorsaison. Mit aller Einfluss kämpft Borussia Dortmund darum, sogar in der neuen Saison zum wiederholten Mal in der Champions League allegorisch darstellend zu sein. Ein Ausblick auf Sie Überschuss in diesem Konkurrenzkampf vereinbart vollständig gut, warum? Nach dem Beschlagnahmung in das Runde der letzten 8 durch den 2-0-Heimsieg gegen Siepes Wehrindhoven an dem Mittwochabend steht fest, dass der BVB in dieser Saison mit ein gutes Stück darüber hinaus 80 Millionen Euro bekalkulieren kann. Und sie 100 Millionen Euro bohnen ist keine Utopie. Dortmunds Champions League-Überschuss 2023-24 setzten sich als folgt zusammen. 15,64 Millionen Euro betrug sie Startprämie, für drei Siege und zwei Gleichstand in der Gruppenphase gab es insgesamt 10. 26 Millionen Euro, der Beschlagnahmung in das Runde der letzten 16 wurde mit 9,5 Dutzend Millionen Euro belohnt, die in das Runde der letzten 8 mit 10. Halbes Dutzend Millionen Euro, und ihr passable UEFA-Koeffizient, aufbauend auf den Europa-Pokalleistungen der letzten Jahre, brachte den Borussen sonstige fixe 27,29 Millionen Euro. Getreu sich 73,39 Millionen Euro, zu denen noch sie Gelder aus dem Markt wohlkommen, sie sich aus dem Ausprägung des jeweiligen Fernsehmarktes getreu und sogar gebunden davon sind, als lange Zeit ein Charme als vielen Clubs allegorisch darstellen ist. Im Vorjahr, denn der BVB in dem Runde der letzten 16 an dem FC Chelsea scheiterte, 1 zu 0,0, 2, brachte selbige Pfeiler dem BVB 13,8 Millionen Euro ein, minder bedeutend werden es in der laufenden Saison selten sein. Insgesamt hatten sie Dortmunder sie vergangene Spielzeit mit Champions League Überschuss in Elevationwinkel von 73,54 Millionen Euro abgeschlossen. Die genaue Betrag steht immer erst hinter dem Abbruch des Wettbewerbs fest. Nun würden sie, sogar dank des Marktpools, allerdings mit dem Halbfinaleinzug, den sie UEFA mit 12,5 Millionen Euro belohnt, auf darüber hinaus 100 Millionen Euro kommen. Der Heer aus der Königsklasse erhält sonstige 20 Millionen Euro, der unterlegene bei der Endausscheidung dabei 15,5 Millionen Euro. Manchester Innenstadt war 2022-23 auf Gesamternahmen von 134,94 Millionen Euro gekommen. Das bloße Weiterkommen gegen Antofen mag im weiteren Verlauf für sie BVB-Verantwortlichen vorteilhaft völlig nebensächlich gewesen sein, als Klubboss Hans-Joachim Watzke in dem Vorfeld gesagt hatte. Betrachtet man sie gesamte Champions League-Saison, gilt dasjenige aber definitiv nicht.